Wir haben ein Kind, warum nur verschoben, Frank. Ich habe mir notiert, wie viele Encounter wir hatten. Und... Da machen wir dann weiter, sobald wir keine Pokémon mehr haben, die wir für die Pokémon brauchen können. Da ist Shiny Flabebe! Alles! Was? Echt? Alles! Viel zu easy, oder? Alter, du hast auch das Lack gefressen aktuell, oder? Und? Man kann sie nicht unterscheiden! Man kann sie nicht unterscheiden! Das ist unfassbar! Merkt ihr das? Seine Reactions sind langsam so wie meine! Ja, na, ist ja nichts Besonderes mehr! Ja! Heeeell! Ich habe es dir eben gerade nicht geglaubt, aber es kam so random, dass ich mir schon dachte, eigentlich muss es stimmen! Ja! GG! Ja, danke! So, jetzt Kindwurm! Das ist ein Shiny enttäuschend! Ja, Florez ist cooler, Florez ist cooler! Flabebe ist halt echt enttäuschend! Ist Florez nicht so schwarz dann? Na, dunkellila! 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 Vielen Dank.